Ich hab vielleicht verloren. Ich bin ein Stück bereit, aber ein Stück bereit mit einer Klappe. Ein bisschen machbar, aber nicht wenig. Viel unter uns hab ich fürs Herz gebraucht. Und dann brauch ich ihm eine Klappe in den Mappen, während ich sein Schofle, die sich vor Angst verzeiht. Das System scheißte dir jetzt schon die Jürgen. Warum ziehst du dich so? Weil ich arbeitslos bin, da will ich noch mal vollstrafen. Aber weißt du jetzt, wie gesagt, der arbeitslos ist, dass wir dich ins Krieg finden sollten. Und an den Rassen, die es auf der Welt gibt, brüchle man alle unbedingt verlichten. Alle, die da in der Hälfte im Ausland. Und dann nehm ich mal die Klappe und schießt sie mir die Fassung um. Und die Freude dürfte mir jetzt zu. Und da schießt sich auch noch ein Rune. Und dann höre ich ihn schreiten. Und dann siehst du die Runde schon. Und das Leben ist einfach noch gar nicht mehr gebraucht. Ich bin immer gebraucht. Ich bin immer gebraucht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020